Die letzten Erfindungen vor dem Finale bringen die Jury richtig zum Staunen. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Genial, innovativ und immer anspruchsvoll. Ich habe ein Bunter Finale eingehangen. Ich finde es gigantisch gut. Es ist grandios, was Sie da erfunden haben. Dass Sie da geschaffen haben, ist ein Eins. Ich würde es sofort kaufen. Ehrlicherweise kann ich mich diesmal nicht entscheiden. Wer schafft es bei dieser Konkurrenz ins Finale? Das Ding des Jahres. Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben.